Die Kirche Hier im katholischen San Salvador gibt es all dies natürlich auch. Aber hier drunten, im Elendsviertel La Chakra, wo etwa 20.000 Menschen in armseligen Behausungen leben, ist das Christentum für viele eine große Hoffnung. Die Menschen hier identifizieren Christentum schlicht mit ihrem Seelsorger, dem Jesuitenpater Daniel Sanchez. Seit bald 15 Jahren kümmert er sich um alle leiblichen und seelischen Sorgen dieser Menschen. In einer Zeit des absoluten Priestermangels hat er von der Basis her ein lebendiges Gemeindeleben aufgebaut. Mit einer ganzen Reihe kleiner Teams für Gottesdienst, Gesang, Katechese, Nachbarschaftshilfe aller Art. Iglesia Popular, Volkskirche, wie sie in ungezählten Slums und Dörfern Lateinamerikas lebt. Der Priester ist hier nicht der Pfarrherr in einer Zweiklassenkirche aus Klerus und Laien. Er ist vielmehr der Diener der Glaubensgemeinschaft. El Salvador gilt als das gewalttätigste Land des Kontinents. Jeden Tag werden Menschen ermordet. Aber dieser Pater braucht keine Angst zu haben, denn er steht in ständigem Kontakt mit all den Menschen hier, die ihn schätzen und lieben. Natürlich ist auch diese Gemeinde heilfroh, dass sie noch einen Pfarrer hat. Ohne seine Inspiration, Koordination, Leitung, manchmal auch Vermittlung, wäre vieles nicht möglich. Er und die Seinen versuchen, angesichts seiner Kultur der Gewalt, eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens zu verwirken. Heute wird Muttertag gefeiert und deshalb werden die Mütter besonders begrüßt und gewürdigt. Die Liebe der Mütter sieht der Prediger im Lichte der Liebe Gottes selber, der uns, das erregt hier keinen Anstoß, Vater und Mutter in einem sei. Vieles erinnert an das Urchristentum. Wie bei Paulus in Korinth haben in diesem Gottesdienst alle etwas zu sagen. Frauen erzählen von ihren Erfahrungen und lesen die biblischen Schriften, als wären sie an sie geschrieben. Sie erkennen sich wieder in den urchristlichen Gemeinden. Hier schweigert die Frau nicht in der Gemeindeversammlung, wie es in einer unechten Paulusstelle heißt, sondern haben selbstverständlich das Wort. Alle beten und singen zusammen und feiern das Abendmahl, eine Kirche, die sich als Volk Gottes versteht. Aber zugleich ist hier allen klar, der christliche Glaube muss praktische Konsequenzen haben. Er darf keinesfalls Unterdrückung und Ausbeutung rechtfertigen, sondern muss sie zu überwinden trachten. Gottesdienst und Menschendienst, Liturgie und soziales Engagement gehören zusammen. Doch wer in der Zeit der Militärdiktatur auf soziale Reformen und Menschenrechte drängte, war gefährdet und musste selbst am Altar um sein Leben fürchten. Ein Fall stellvertretend für viele. Der Erzbischof von El Salvador, Oscar Romero. Er war im kirchlichen Establishment groß geworden, aber die ungeheure Not der Menschen machte ihn zum engagierten Verteidiger der Rechte seines unterdrückten Volkes. Dafür musste er am Altar mit dem Leben bezahlen. Wenn man hier an der Stelle steht, wo direkt aus dem Auto Monsignor Romero am Altar erschossen wurde, dann wird einem rasch bewusst, um was es im Christentum geht. Man könnte natürlich auch den protestantischen Theologen, die die Bonhoeffer hier anführen, oder den amerikanischen Bürgerwächtler und Pastor Martin Luther King oder den polnischen Priester Bobi Aluszko. Gemeinsam es dienen allen. Sie waren überzeugte Christen. Sie haben sich ohne Gewalt für ihre Mitmenschen eingesetzt und sie sind alle mit brutaler Gewalt erledigt worden. Damit sind sie allerdings auch dem ähnlich geworden, der für sie in ihrem Leben, Leiden und Kämpfen das Leibbemann war. Jesus von Nazareth. Und Sie sehen, das führt nun unmittelbar zum Zentrum. Was ist denn eigentlich das Wesen des Christentums? Das Wesen des Christentums ist nicht, wie manche meinen, irgendeine große Theorie, eine Weltanschauung, irgendein kirchliches System, sondern das ist schlicht und einfach dieser Jesus Christus. Und ein Christ ist, wer auf seinem ganz persönlichen Lebensweg, und jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, wer versucht, sich an diesem Jesus Christus zu orientieren. Und im Grunde sollte keine Organisation, keine Institution, auch keine Kirche sich christlich nennen, wenn sie sich nicht wahrhaft in Wort und Tat auf ihn berufen kann. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass meine Freunde hier, sechs Jesuiten-Professoren, einmal im selben Ordenshaus, wo ich ihr Gast war, von einem Todeskommando brutal massakriert werden könnten. Keiner von ihnen wollte zum Märtyrer werden. Es waren allesamt keine Asketen, sondern ganz normale Menschen, allerdings hoch engagierte Christen. Sie wollten schlicht ihr Leben nach Gottes Willen richten. Und das heißt, sich zum Woh der Mitmenschen einsetzen, ganz in der Norge des Gekreuzigten. Nicht Intoleranz, Hass, Gewalt predigen, sondern Offenheit für alle, Güte, Verzeihen, Solidarität üben, Gottes und Nächstenliebe, den anderen lieben, wie man sich selbst liebt. Wäre Jesus in Galiläa diesem entlegenen Winkel des römischen Imperiums in hohem Alter eines normalen Todes gestorben, wären seine Sprüche, Gleichnisse, die sogenannte Bergpredigt kaum überliefert worden. Denn die Kraft seiner Botschaft hat zu tun mit seinem dramatischen Schicksal hier in Jerusalem. Nein, nicht einen jüdischen Gottesstaat, auch keine Kirche, verkündigte Jesus, sondern das kommende Gottesreich mit seinen Verheißungen und Maßstäben. Jesu Botschaft und Praxis führen zur Konfrontation mit dem religiös-politischen Establishment, ein Konflikt auf Leben und Tod. Zu radikal seine Kritik an der überkommenen Religiosität und Machtausübung der Herrschenden. Zu liberal sein Umgang mit dem Gesetz mit Sabbat, Reinheits- und Speisevorschriften. Zu skandalös seine Solidarisierung, ihn erbarmt des Volkes. Zu viel Nachsicht zeige er mit den Sündern. Der historische Konflikt einer historischen Gestalt. Über diese Strasse hat er gehen müssen, wann immer er zum Tempel wurde. Ebenfalls noch heute zu sehen der Aufgang zum Tempel, wo sein Konflikt mit dem religiösen Establishment seinerzeit eskalierte. Seine Protestaktion gegen den Tempelbetrieb, dessen Hierarchie und Nutznießer, war wohl die entscheidende Provokation, die schliesslich zu Verhaftung und Verurteilung führte. Heute noch sichtbar der alte Torbogen. Noch ganz erhalten der Tempel Platz, wo Jesus lehrte und diskutierte. Noch erkennbar schliesslich das römische Praetorium. Hier ist der Nazarener zum Tode verurteilt worden von Pontius Pilatus. Er starb als junger Mann von gut 30 Jahren, verleugnet von seinen Jüngern, verhöhnt von seinen Gegnern, verlassen von Gott und den Menschen. Sein letztes Lebenszeichen, ein Schrei. Die Grabeskirche erinnert an all das. Nur entlaufene Sklaven und politische Rebellen ließ man so grausam sterben, am Kreuzes galben. Und doch ist gerade das Kreuz seither das Erkennungszeichen der Christen. Es ist eine Frage bis heute, wie konnte das Schandkreuz Jesu für die ersten Gläubigen zum Heilszeichen werden. Es ist ja Tatsache, dass diese das Kreuz schon bald in einem völlig anderen Lichte sahen. Aufgrund bestimmter geistiger Erfahrungen, Visionen, Erscheinungen glaubten sie, Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist nicht in ein Nichts hinein, er ist in Gott hineingestorben. Aus dem Tod erweckt, zu Gott erhöht, ist der Gekreuzigte seither das große Zeichen der Hoffnung auf ein ewiges Leben. Aber leider auch ein Zeichen des Zwiespaus zwischen Christen und Juden, Christen und Muslimen, eine Tragödie der Religionsgeschichte. Es gibt wohl keinen anderen Ort in der Welt, wo die Gegensätzlichkeit von Judentum, Christentum und Islam so intensiv erfahren wird, wie gerade hier in Jerusalem. Trotzdem wäre es törlich, diese drei prophetischen Religionen einander von vornherein entgegenzusetzen. Denn die ersten Christen blieben ja im Judentum integriert. Sie lasen dieselbe hebräische Bibel, beteten dieselben Psalmen, beachteten sogar das Gesetz und den Sabbat. Sie vollzogen die Taufe des Johannes und das Brotbrechen des Mahlers, allerdings nun im Namen Jesu. Aber gerade wenn man die drei Religionen nahöstlichen Ursprungs vergleicht mit den Religionen der beiden anderen großen religiösen Stromsysteme Indiens und Chinas, wird einem sofort klar, dass sie viel mehr gemeinsam haben, als was sie trennt. Alle drei, Judentum, Christentum und Islam, sind Glaubensreligionen. Sie glauben an den einen Gott und auch die arabischen Christen sprechen Gott mit dem Namen Allah an. Alle drei sind geschichtlich geprägt. Denken nicht in kosmischen Zyklen, sondern von der Schöpfung her auf eine Vollendung der Welt und des Menschenlebens hin. Alle drei sind geprägt von großen, prophetischen Gestalten, sind prophetische Religionen im eigentlichen Sinn. Und alle drei haben ihre Botschaft in heiligen Schriften niedergelegt, sind so etwas wie Religion des Buches. Und alle drei haben ein gemeinsames Grundethos, große Gebote der Menschlichkeit, die sie als Ausdruck des Willens Gottes selber empfinden. Bis heute ist unter Juden umstretten, wie weit muss man sich über ein Grundethos hinaus an das Religionsgesetz halten. Besonders für die ersten Nichtjuden, die sich zu Christus bekennen wollten, spitze sich damals die Frage zu, sondern auch sie, die Heidenchristen, alle rituellen Gebote des jüdischen Gesetzes, der Halakha einhalten müssen, auf Beschneidung, all die Feiertage, Sabbat, Reinheits- und Speisevorschriften. Nein, sagt der für die Heidenmission verantwortliche Apostel Paulus, ein Jude, doch modern griechisch gebildet. Und er widersteht Petrus ins Angesicht, weil dieser um das koscheren Essenswillen die Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen aufkündigt. Dagegen Paulus, ob Jude oder Heide, ob Mann oder Frau, der Mensch wird vor Gott gerecht, nicht durch die Werke des Ritualgesetzes, vielmehr durch das glaubende Vertrauen auf Gott. Heidenchristen sind von nun an frei vom jüdischen Religionsgesetz. Das Judenchristentum verliert mit dem Untergang Jerusalems sein Zentrum. Es weicht nach Osten aus, bis nach Babylonien, Arabien, Äthiopien. Bald wird es als ketzerische Sekte denunziert. Das hellenistische Heidenchristentum aber tritt seinen ungeheuren Siegeszug an mit den kühnen Missionsreisen des Apostel Paulus, der überall charismatisch und demokratisch funktionierende Gemeinden gründe. Aber schon zwei Generationen nach Paulus setzt sich eine Hierarchie durch, ein monarchisches Bischofsamt, ja, eine dreistufige Ämterhierarchie, Bischof, Priester, Diakone. Anstelle des judenchristlichen Paradigmas hat sich das griechisch-hellenistische durchgesetzt. Neues Testament, Glaubensbekenntnis, Liturgie, Architektur, alles griechisch. Die verfolgte Kirche wird nach der konstantinischen Wende zur Staatskirche, Symbol dafür die mächtige Hagia Sobia, erbaut von Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert. Konstantinopel, das zweite Rom, anstelle von Jerusalem nun das Zentrum der Christenheit. Jesus Christus wird in Byzanz als der Allherrscher gesehen, der an der Stelle Gottes steht. In seinem Namen regiert der Kaiser, als Autokrator über Staat und Kirche. Er beruft und leitet jene ökumenischen Konzilien, welche die Dogmen über den Gottmenschen und die Dreifaltigkeit festlegen. Normen für die Rechtgläubigkeit, die Orthodoxie. Im 11. Jahrhundert aber kommt es zur Spaltung mit der Westkirche und dem selbstherrlich gewordenen Papst. Die römische Bannbulle wird vom Kardinallegaten auf den Altar der Hagia Sophia gelegt. Der damalige Kaiser Konstantin IX, hier dargestellt, soll denn auch dem Großfürsten Wladimir von Kiew die Reichsinsignien übergeben haben, legendäre Grundlage für die spätere Theorie von Moskau als drittem Rom. Das byzantinische Paradigma wurde vom Großteil der slavischen Völker übernommen, von Bulgaren, Serben und Russen. Aber die Ungarn, die Böhmen, Polen, Kroaten und Slowenen orientieren sich nach dem ersten Rom. So bleibt die Slavenwelt um besonders Jugo- oder Südslawien aufgespalten zwischen byzantinischer und römischer Kirche. Verschieden Alphabet, Liturgie, Literatursprache, Kultur überhaupt. In Russland folgt schließlich auf das Reich von Kiew das von Moskau. Fast gleichzeitig war Byzanz von den türkischen Muslimen erobert, Russland aber von der Tartarenherrschaft befreit worden. So wird Moskau, der Kreml, zum geistlichen und weltlichen Zentrum des russischen Reiches, Sitz des Zaren und des Patriarchen. Großartig die Hauptkirche des zaristischen Russland, die Marie-Entschlafungskathedrale. Hier wurden die Zaren gekrönt, die Patriarchen gewählt und bestattet, auch Exkommunikationen ausgesprochen. Berühmtest der Fall Leo Tolstoi. Aber was in Byzanz eine relativ harmonische Symphonie von Staat und Kirche war, wird in Russland immer mehr seiner totalen Unterwerfung der Kirche unter den Staat. Die Drohne von Zar und Patriarch auf gleicher Höhe täuschen eine Gleichrangigkeit nur vor. Das meint man in Russland zum Teil bis heute, das erste Rom sei heretisch geworden und das zweite Rom gefallen, so sei jetzt Moskau das neue Zentrum der Christenheit. Und allein die Orthodoxie der Hort des wahren Glaubens. Alles Russische gilt als orthodox und alles Fremde als Heresie-verdächtig. Der grandiose Gottesdienst der Zarenzeit wurde nach dem Zusammenbruch des Kommunismus wiederhergestellt in seiner ganzen byzantinischen Kracht. Prokatgewänder, Bischofskronen, Weihrauchfässer, Kerzen in Hülle und Fülle. Auch die Forderung des Barttragens ist byzantinisch. Prachtvoll ist die ganze Kirche, ausgemalt mit vielen Dutzenden von Fresken aus dem Leben Mariens und Jesu. Auf den Säulen aber sind 135 Märtyrer der Ostkirche abgebildet. Der ganze Stolz der Orthodoxie. Trotzdem, viele Russen haben noch keineswegs vergessen, dass die orthodoxe Kirche zusammen mit Adel, Armee und Polizei Garantin und Stütze des sadistischen Regimes war und dass sich deshalb die Revolution von 1917 gegen Staat und Kirche richtete. Religion diente in der Tat nach dem Lenin-Wort vielfach als Opium für das Volk. Doch von Seiten der Kirche wird mit Recht geantwortet, aus Lenins Revolution wurde unter Stalin ein brutales, mörderisches Terror schien. Tausende von Geistlichen verhaftet und deportiert, Tausende von Gotteshäusern, verwüstet oder geschlossen, Millionen von Menschen, Gläubige wie Ungläubige, in den Archipel Gulag geschickt. 1989 kam auch für die Kirche die Wende und es zeigte sich, trotz heftiger Verfolgung war die Religion nicht abgestorben, sondern am Leben geblieben. Das erlebt man nicht nur in der Kreml-Kathedrale, sondern in jeder Pfarrkirche. Es sind vor allem die liturgischen Feste, die dem russischen Volk schon immer viel bedeutet haben. An erster Stelle das Osterfest, das höchste Fest der östlichen und westlichen Kirchen. Selbst zur Zeit der kommunistischen Unterdrückung fanden sich Tausende in und vor den wenigen offenen Kirchen meist schweigend ein. Heutzutage aber darf wieder laut und fröhlich gefeiert werden. Zahllose Moskauer tun es denn auch und lassen, wie hier vor der Nikolaikirche, Osterbrote segnen, die sie mit nach Hause nehmen. Auch sie selber lassen sie gern mit Weihwasser besprengen. Ganz und gar charakteristisch für die Orthodoxie ist die Verehrung der Ikonen, die sich so nur in der östlichen Christenheit entwickelt hat. Zuerst waren es Bilder der frommen Erinnerung, die das Gebet verstärken sollten. Aber schon im 6. und 7. Jahrhundert wurden daraus Bilder zur kultischen Verehrung. Manche glauben, diese Bilder würden die Hilfe der abgebildeten Gestalten vermitteln. Eine Frömmigkeitsbewegung von unten, nicht beliebt bei Hierarchie und Kaiser, aber unterstützt von den Mönchen. So tat man denn, was in den ersten Jahrhunderten aus Götzendienst verpönt war. Vor Bildern werden Kerzen oder Lampen aufgestellt, Weihrauch geopfert. Ja, auch die Bilder werden geküsst und durch Kniebeugen verehrt. Die Folge war ein heftiger Bilderstreit, der rund 100 Jahre dauerte, aber schliesslich zugunsten der Bilderverehrer ausgehend. Seither gilt die orthodoxe Erklärung mit den Bildern, werde ohne allen Aberglauben nicht das Bild, sondern dessen Urbild verehrt. Doch viele glauben bis heute an die geistliche Kraft der Ikonen selbst. Das feste Auferstehen des Herrn ist ganz und gar ein Fest der Kerzen, des Lichtes und der Freude. In früheren Zeiten konnte man in dieser Nacht die vielen tausend Glocken vom Moskaus 40 mal 40 Kirchen hören. In und nach der Revolution waren sie verstummt, aber heute erklingen viele von ihnen wieder neu. Es ist im Osten weniger der Gekreuzigte, es ist der Auferweckte, der ganz und gar im Zentrum der Liturgie steht. Er ist das sieghafte Zeichen der Hoffnung auf ewiges Leben. Ausgedrückt wird diese Hoffnung mit dem Zuruf des Priesters an jeden einzelnen Christus ist auferstanden. Und freudig antworten die Gläubigen, ja, er ist wahrhaft auferstanden. Die Liturgie geht dem Ende entgegen mit dem Friedenskuss der Priester und mit dem Empfang der eucharistischen Gaben. Das Brot eingetaucht in den Wein mit einem Löffel gereicht. Ja, wie viel hat sich doch in Moskau geändert, seit ich 1971 hier war und die Kreml-Kathedrale noch als Museum diente. Ich kann meine Sympathie zur orthodoxen Kirche nicht verheimlichen. Sie ist in vielem dem Urchristentum näher, hat nicht diese zentralistische Leitung wie meine eigene Kirche. Sie lässt ihre Priester zumindest heiraten. Sie lässt auch den Gläubigen das Abendmahl unter Brot und Wein geben. Und sie hat natürlich durchgehalten unter allen politischen Systemen die letzte Verfolgung, 70 Jahre unter dem kommunistischen Regime, mit tausenden von Märterern. Das liegt vor allem an ihrer großartigen Liturgie, ihren Gesängen. Das ergreift ja auch einen Menschen aus dem Westen. Allerdings, man kann auch nicht übersehen, die Distanz zum Urchristentum ist riesengroß. Der durchschnittliche Gläubige hat Schwierigkeiten in dieser Hofliturgie, das Abendmahl Jesu wiederzuerkennen. Und die Verbindung mit dem Staat ist auch nicht gerade urchristlich. Aber das alles ist eine Herausforderung an die orthodoxe Kirche heute, die Kraft ihrer Liturgie zu benutzen, um auch mehr die Verkündigung zur Sprache zu bringen. Die Botschaft selber, die Predigt, auch der Unterricht der Kinder in den Schulen, das alles ist eine große Herausforderung für die orthodoxe Kirche. Und ich meine auch die Verbindung, die Wiederversöhnung mit der lateinischen Kirche des Westens, mit der sie immerhin über tausend Jahre verbunden waren. Dieses Schisma von über 900 Jahren aufzuheben, ist eine große Aufgabe des nächsten Jahrhunderts. Und da allerdings ist vor allem und in erster Linie Rom gefordert. Nach dem Untergang Jerusalems hatte die Kirche der alten Reichshauptstadt Rom unbeschritten den Ehrenprimat. Aber die Kirche Roms mit ihren alten Basiliken, hier Santa Sabina, war noch keine autoritär-zentralistische Institution. Typisch römisch, freilich schon immer, die Betonung von Recht und Ordnung, Organisationstalent und Sinn für realistische Politik. In Rom wusste man sehr wohl, dass die Kirche aus dem Judentum kam. Hier auf einem der ältesten römischen Mosaike die symbolische Darstellung der Kirche aus Juden. Doch diese wurde mit der Zeit völlig verdrängt durch die Kirche aus Heiden. Anstelle der oströmisch-griechischen setzt sich in Rom eine westlich-lateinische Theologie, Kirchendisziplin und Liturgie durch. Anstelle des lange herrschenden Griechisch die Sprache des Volkes, das Latein. Ganz auf Altar und Bischofssitz ausgerichtet wurden nach der konstantinischen Wende neue Basiliken gebaut. Nicht mehr weltliche Begegnungs- und Versammlungsräume, sondern jetzt Orte des Gottesdienstes. Die urchristliche Dankesfeier entwickelt sich zum Messopfer, das immer mehr verfeierlicht wird. Seit der Verlegung der Reichsregierung nach Konstantinopel nützten die römischen Bischöfe das Machtvakuum im Westen aus. Immer mehr Macht schreiben sie sich zu, in der Kirche zuerst, später auch im Staat. Seine Autorität gründet Rom auf die unbestrittene Präsenz der beiden Hauptapostel Petrus und Paulus, beide hier hingerichtet und begraben. Der Christus-Blaube des Petrus war für die alte Kirche der Fels, auf denen die Kirche gebaut ist. In Rom aber behauptete man immer mehr, auf Petrus selber sei die Kirche gebaut und der römische Bischof sei sein Rechtsnachfolger. Der Apostel Paulus aber, der Petrus einst ins Angesicht widerstand, verliert entschieden an Bedeutung gegenüber Petrus, der jetzt für alle päpstliche Ansprüche herhalten muss. Dreifache Papstkrone, Fischerring, Pontifikalgewand, die päpstlichen Insignien. Damit wird am Petrusfest im Petersdom die Petrusstatue ausgestattet. Aus dem Nachfolger des Fisches aus Galilea ist im Lauf der Jahrhunderte der große Herr der Kirche geworden, der Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis gebieten wird. Der Papst, hier Johannes Paul II., an der Confessio über dem Petrusgrad, Sinnbild einer absolutistisch-monarchischen Kirchenkonzeption, im ersten Jahrtausend unbekannt. Erst im Hochmittelalte unter Gregor VII. hat sie sich im Westen durchgesetzt mit einer revolutionär neuen Kirchenverfassung. Die ganze Kirche jetzt ausgerichtet auf den Papst, der Vollmacht habe, das Evangelium für jedermann in Lehre und Praxis verbindlich zu interpretieren. Nicht nur Nachfolger Petri will er sein, sondern Stellvertreter Christi, ja, Gottes selbe. So vollendet sich der Paradigmenwechsel weg vom kollegialen ökumenischen Paradigma der alten Kirche hin zum ausgesprochen römisch-katholischen Paradigma des Mittelalters. Die Kirche, ein neues Imperium Romanum. Ein Ausdruck dafür, die Verleihung des Palliums am Petrusfest an die neuen Erzgeschöfe. Das Pallium, Zeichen ihrer Amtsgewalt. Nur der Papst persönlich kann es verleihen. Seit dem Hochmittelalter ist die katholische Kirche eine zentralisierte, verrechtlichte Kirche. Der Papst beansprucht einen Rechtsprimat über die gesamte Kirche, was vom Osten bis heute abgelehnt wird. Die geistliche Gewalt ist den Laien grundsätzlich übergeordnet, was zum großen Streit zwischen Papst und Kaiser, Papst und modernem Staat führte. Das Heiratsverbot ist jetzt Gesetz für den gesamten Klerus, was der Kirche des Westens zahllose Probleme bescherte. So übt es, der Papst faktisch über alle Gläubigen und alle Kirchen unbeschränkte, gesetzgeberische, exekutive und richterliche Vollmacht aus. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, das hier in der Peterskirche tagte, haben wir versucht, die am päpstlichen Absolutismus zerbrochene Einheit der Kirche Christi wiederherzustellen und die altkirchliche Kollegialität der Bischöfe wieder zur Geltung zu bringen. Die Erfolge aber blieben bescheiden. Zwar nehmen jetzt Vertreter der östlichen Orthodoxie sogar an der Papstliturgie teil, aber ohne Abendmahlsgemeinschaft. Denn bis heute ist der römische Machtanspruch die große, ungelöste Frage zwischen Ost- und Westkirche. Noch nie wurde sie auf einem ökumenischen Konzil diskutiert. Ob man dafür auf ein trefftes Vatikanisches Konzil wird warten müssen? Ich habe sieben Jahre in dieser Stadt studiert und Rom sozusagen von innen kennengelernt. Bei aller Kritik am Papsttum bleibe ich davon überzeugt, dass ein seelsorglicher Dienst an der Gesamtkirche nach dem Vorbild des Apostel Petrus sinnvoll ist, wenn er selbstlos im Geist des Evangeliums ausgeübt wird. Man kann auch nicht bestreiten, dass das Papsttum gewaltige Verdienste erworben hat um Zusammenhalt, Einheit, Freiheit, zumindest der westlichen Kirchen. Und im Vergleich mit dem losen Kirchenverbund der östlichen Kirchen hat sich das römische System oft als effizienter erwiesen. Bis heute kann der Papst, wo immer er glaubwürdig ist, der ganzen Welt als moralische Instanz ins Gewissen reden. Aber viele Katholiken kritisieren auch den römischen Machtanspruch, dass sich das römische System immer weiter wegentwickelt hat von ursprünglicher christlicher Botschaft und Kirchenverfassung. Seit dem Hochmittelalter sind die negativen Seiten dieses Systems offenbar. Seit dieser Zeit schon beklagt man das autoritär, unfehlbare Gebaren in Dogma und Moral, die Bevormundung von Laien, Klerus, Ortskirchen bis in kleinste Kleinigkeiten hinein, beklagt man überhaupt das ganze versteinerte, absolutistische Machtsystem, das sich mehr an den römischen Cäsaren orientiert, als an Petrus, den bescheidenen Fischer aus Galiläa. Diese Klagen sind schon über 500 Jahre alt. Sie führten damals zum weltvisorischen Konflikt des Papstes mit einem jungen deutschen Mönch. 1510 hatte dieser auf Dienstreise hier im Augustinerkloster bei Santa Maria del Popolo gewohnt, Martin Luther. In wenigen Jahren entwickelt Luther in Wittenberg ein neues reformatorisches, evangelisches Paradigma von Christentum. Ein Programm, das er selber kraftvoll verkörpert. Der Streit um den Ablass ist nur Auslösung. Die Verbrennung der päpstlichen Bannbulle, die Konsequenz. Luther geht es schlicht um das eine, Rückkehr der Kirche zum Evangelium Jesu Christi. Neu übersetzt er die Schrift ins Deutsche, damit der eine Herr der Kirche seine Botschaft und sein Geschick für die Menschen wieder verständlich werden. Denn zahllos damals die kirchlichen Traditionen, Gesetze, Autoritäten, für Luther aber gilt das Kriterium des Christlichen allein die Schrift. Zahllos die heiligen und amtlichen Mittel zu Gott, für Luther ist Mittler allein Christus der Gekreuzigte. Zahllos für die Gläubigen die verordneten frommen Werke zur Erlangung des Seelenheils. Für Luther gilt nach Paulus, gerechtfertigt wird der Mensch nicht durch Werke, sondern allein durch Gnade, die wir nicht verdienen, allein durch Glauben. Aufs Ganze gesehen eine neue Freiheit des Christenmenschen. So etabliert sich rasch eine neue Form von Christentum gegen den heftigen Widerstand Roms. Der Preis freilich, es kommt zu einer zweiten großen Kirchenspaltung, jetzt im Westen, zwischen Nord und Süd. Ein welthistorischer Vorgang mit Auswirkungen auch auf die neue Welt, Südamerika, wie katholisch, Nordamerika, protestantisch. Eine neue Form von Kirche bildet sich, nicht mehr die mittelalterliche Hierarchie, sondern zusammen mit ihrem Pfarrer, die Gemeinschaft der Glaubenden, die Gemeinde, die gemeinsam betet und singt. Wir wollen zusammen Psalm 27 im Wechsel beten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Das Kirchenlied hat die Reformation in Deutschland rasch populär gemacht. Und die Botschaft von der Freiheit des Christenmenschen soll den Jugendlichen Standfestigkeit auch im modernen Leben geben. Dieses Wort stammt aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So stehlt nun fest und lasst euch nicht wiederum in das krächtische Joch fangen. Neu, sagt Luther, ist der Rittus der Konfirmation, der Bestärkung im Glauben. Junge Menschen sollen in aller Form in die Gemeinde aufgenommen werden, sie alle bekommen ein Bibelwort mit auf den Weg. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen berufen. Du bist mein Gott. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er sei mit dir auf allen deinen Wegen. Nachdem sie das Glaubensbekenntnis abgelegt haben, werden sie unter Gebet und Handauflegung zu Erwachsenen, Gemeindegliedern mit allen Rechten und Pflichten. Erst jetzt sind sie auch zum Abendmahl zugelassen. Natürlich fragt sich heute jeder evangelische Pfarrer, wie viele von denen, die hier zu mündigen Christen erklärt werden, auch in Zukunft aktiv am Gemeindegottesdienst teilnehmen und am Abendmahl. Ein Wunderpunkt in den evangelischen Kirchen von allem Anfang an. Denn schon zu Lüttes Zeiten war es im reformatorischen Lager wegen des Abendmahls zur ersten großen Spaltung gekommen. Neben dem Lutherischen das radikal reformierte Christentum Zwinglis und Kalvins, das Bilder und vieles anderes ablehnt, das aber den Protestantismus von Genf aus zu einer Weltmacht werden lässt. Doch ob Lutherisch, reformiert, anglikanisch oder freikirchlich, alle Kirchen der Reformation gewährenden Laien das, was ihnen von Rom bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil konstant verweigert wird, die Kelchkommunion. Martin Luther hatte im Grunde Recht. Der sündige Mensch wird vor Gott gerecht, allein durch Gottes Gnade, aufgrund vertrauenden Glaubens und nicht aufgrund eigener frommer Leistung. Schon vor 40 Jahren habe ich eine Doktorarbeit geschrieben über diese Frage in einem grundlegenden Konsens zwischen den beiden Lehren festgestellt, der damals auch die Zustimmung des vielleicht bedeutendsten protestantischen Theologen unseres Jahrhunderts, Karl Barth, gefunden hat. Erst heute haben wir eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die von Rom und vom Lutherischen Wellbund gemeinsam veröffentlicht wurden. Natürlich läge in der Konsequenz eine Anerkennung der evangelischen Kirche als Kirche Jesu Christi, die Anerkennung ihrer Ämter und auch eine Wiederherstellung der Abendmahlsgemeinschaft. Das hoffe ich noch zu erleben, denn die Zeit des Konfessionalismus ist vorbei. Die katholische Kirche hat seit dem Zweiten Vatikan eine ganze Reihe der Anliegen Martin Luthers verwirklicht. Hochschätzung der Bibel, Volkssprache im Gottesdienst, Laienbeteiligung, Dezentralisierung. Sie bedürfte allerdings noch gerade zur Erledigung des Zölibatsgesetzes noch mehr der evangelischen Konzentration, der Orientierung an der ursprünglichen christlichen Botschaft. Umgekehrt aber bedürften die evangelischen Kirchen mehr katholischer Weite Provinzialismus allzu viel, immer größere Aufsplitterung in Sekten, statt eines Papstes viele kleine Päpste. Wir müssen doch heute sehen, die große Herausforderung für beide Kirchen ist die erst 200 Jahre später heraufgekommene Aufklärung und eben die Moderne, die ja nun nicht in Wittenberg rumgelegt wurde, aber auch nicht in Rom, sondern in Frankreich, England, Holland und vor allem in den Vereinten Staten. Die personifizierte Freiheit den USA vor gut 100 Jahren von Frankreich geschinkt. Erinnerung an den gemeinsamen Unabhängigkeitskrieg und an all das, was die französische Revolution der amerikanischen verdankt. Das für uns heute wichtigste Ergebnis der Revolutionen sind die Erklärungen der Menschenrechte, Freiheit des Gewissens, der Meinungsäußerung, der Religion, Volkssouveränität, freie Wahlen, Gewaltentrennung. Die Kirchen freilich verharren vielfach in ihrer mittelalterlichen oder reformatorischen Gotik. Das Schlüsselwort des Mittelalters war Papst und Kirche, das der Reformation dagegen Gottes Wort. Die Parolen der Moderne aber sind Vernunft, Fortschritt, Nation. So vollendet sich die Revolution der modernen Philosophie, Naturwissenschaft, Technologie und Industrie in der demokratischen Revolution von Staat und Gesellschaft. Je weiter sich der Welthorizont geografisch, kulturell, geistig ausdehnte, umso mehr zeigte sich die Relativität des europäisch geprägten Christentums. Aber je weiter die moderne Fortschritt, umso mehr zeigte sich auch ihre eigene Relativität. Der moderne Glaube an Fortschritt und Vernunft erscheint heute vielen Menschen im Zwielicht. Hier in New Yorks Wall Street wird es vielleicht deutlicher als anderswo. Immer mehr Menschen heute sind Nutznießer von moderner Freiheit und Wohlstand, aber immer mehr Menschen vermissen den entsprechenden Fortschritt in Sachen Moral und Ethos. Immer mehr Menschen finden sich eingebunden in ein global operierendes Finanz- und Wirtschaftssystem, aber immer mehr fordern eine bessere Verteilungsgerechtigkeit und Sorge für die von der Globalisierung benachteiligt. Immer mehr Menschen haben Teil an den Früchten einer hocheffizienten Großtechnologie, aber immer mehr wünschen sich ein gleiches Maß an geistiger Energie zu ihrer Kontrolle, wünschen statt Rationalisierung mehr Humanisierung. Immer mehr Menschen bejahen die auch außerhalb Europa und Nordamerika sich langsam durchsetzende Demokratie, aber immer mehr sehen noch keinen Frieden und keine neue Weltordnung. Immer höher die Türme in den Himmel, aber immer weniger Himmel auf Erden. Die Weltorganisation der Vereinten Nationen, häufig kritisiert und noch häufiger ignoriert und im Stich gelassen, steht im neuen Jahrtausend vor immensen Aufgaben. Die rasante Globalisierung von Wirtschaft, Technologie und Medien verlangt nach globaler Steuerung durch eine globale Politik. Aber globale Politik bedarf der Fundierung durch ein globales Ethos, ein Weltethos, das von den Menschen, aller Kulturen und Religionen, von Glaubenden und Nichtglaubenden getragen und gelebt werden kann. Es gibt Leute, die glauben, ein Zusammenprall der Kulturen, etwa der muslimischen und der westlichen sei unvermeidbar. Eine solche Sicht ist oberflächlich und übersieht das Gemeinsame zwischen den Kulturen. Allerdings muss die Menschheit eine große Anstrengung unternehmen, wenn sie einen solchen Zusammenprall vermeiden will. Seit den 80er Jahren werbe ich für das Programm kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Und 1992 dürfte ich hier im Hauptquartier der Vereinten Nationen zu dieser Thematik sprechen und habe viel Zustimmung gefunden. Denn gerade hier weiß man, die Religionen haben ein immenses Konfliktspotenzial, das von manchen religiösen und unreligiösen ausgenutzt wird. Aber die Religionen haben auch ein nicht geringeres Friedenspotenzial, das sich ebenfalls ausgewirkt hat. Denn es waren ja gerade religiös motivierte Männer und Frauen, die ohne Gewalt und ohne Blut vergießen, sich für eine Änderung, eine radikale Veränderung in ihren Ländern eingesetzt haben, in Polen, in Ostdeutschland, in Südafrika, in Zentral- und Südamerika, auf den Philippinen. Fazit? Ein Zusammenprall der Kulturen und Religionen muss vermieden werden. Er kann auch vermieden werden, wenn sich genügend Menschen, Männer und Frauen und vor allem Politiker und Religionsführer dafür einsetzen. Und das ist meine realistische Hoffnungsvision. Kein Überleben der Menschheit ohne Frieden zwischen den Nationen, aber keinen Frieden zwischen den Nationen ohne einen Frieden zwischen den Religionen und kein Friede zwischen den Religionen ohne einen Dialog zwischen den Religionen. Nein, wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Die Völker der Erde dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, schon um der Kinder, um der kommenden Generationen willen. Und gerade unsere Kinder, die einmal selber die Zukunft gestalten sollen, könnten das brauchen, was vor 2000 Jahren der Nazarener verkündigt vorgelebt hat. Proheranz, Verständnis, Güte, Hilfsbereitschaft, teilen, vergeben, Liebe. Unser Globus ist bedroht, von innen heraus. Er könnte auseinander brechen, aber er kann auch wieder heil werden, friedlicher, menschlicher, wo immer Menschen statt sich zu bedrohen und bekämpfen, miteinander reden, sich gegenseitig tolerieren und respektieren. Für Nationen, Gruppen, den Einzelnen ist aktuelle denn je die goldene Regel von Jesus positiv formuliert. Was du willst, dass man dir tut, das tue auch den anderen. Eine Grundorientierung für den ganzen langen Lebensweg. Gewalt ist heute in jeder Gesellschaft ein Problem, aber das Wort des großen jüdischen Propheten Jesaja, schmiedet Schwerter zu Pflugscharen, wird heute in allen Nationen und Religionen verstanden. Schon junge Menschen sollten lernen, dass Gewalt kein Mittel der Auseinandersetzung sein darf. Nur so entsteht langsam eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor dem Leben, eine Kultur der Partnerschaft von Mann und Frau, eine Kultur der Solidarität und Gerechtigkeit, eine Kultur der Toleranz und Wahrhaftigkeit. Kriege aber sind inhuman. Kriege müssen mit allen Mitteln verhindert werden, hat doch der Nazarene gesagt, selig die Friedensstifte, denn sie werden Kinder Gottes heißen. die Liebe gibt Friedensstifte, die Ehrfurcht und Wahrhaftigkeit. Viele Europäer haben das Christentum ja abgeschrieben. Sie haben den Kirchen den Rücken gekehrt. Sie identifizieren Christentum mit Bürokratie und Pomp, mit Leerdiktat, Sexual- und Frauenfeindlichkeit. Hier im katholischen San Salvador gibt es all dies natürlich auch. Aber hier drunten, im Elendsviertel La Chakra, wo etwa 20.000 Menschen in armseligen Behausungen leben, ist das Christentum für viele eine große Hoffnung. Die Menschen hier identifizieren Christentum schlicht mit ihrem Seelsorger, dem Jesuitenpater Daniel Sanchez. Seit bald 15 Jahren kümmert er sich um alle leiblichen und seelischen Sorgen dieser Menschen. In einer Zeit des absoluten Priestermangels hat er von der Basis her ein lebendiges Gemeindeleben aufgebaut, mit einer ganzen Reihe kleiner Teams für Gottesdienst, Gesang, Katechese, Nachbarschaftshilfe aller Art, Iglesia Popular, Volkskirche, wie sie in ungezählten Slums und Dörfern Lateinamerikas lebt. Der Priester ist hier nicht der Pfarrherr in einer Zweiklassenkirche aus Klerus und Laien. Er ist vielmehr der Diener der Glaubensgemeinschaft. El Salvador gilt als das gewalttätigste Land des Kontinents. Jeden Tag werden Menschen ermordet. Aber dieser Pater braucht keine Angst zu haben, denn er steht in ständigem Kontakt mit all den Menschen hier, die ihn schätzen und lieben. Soziales Engagement gehören zusammen. Doch wer in der Zeit der Militärdiktatur auf soziale Reformen und Menschenrechte drängte, war gefährdet und musste selbst am Altar um sein Leben fürchten. Ein Fall stellvertretend für viele. Der Erzbischof von El Salvador, Oscar Romero. Er war im kirchlichen Establishment groß geworden, aber die ungeheure Not der Menschen machte ihn zum engagierten Verteidiger der Rechte seines unterdrückten Volkes. Dafür musste er am Altar mit dem Leben bezahlen. Wenn man hier an der Stelle steht, wo direkt aus dem Auto Monsignor Romero am Altar erschossen wurde, dann wird einem rasch bewusst, um was es im Christentum geht. Man könnte natürlich auch den protestantischen Theologen, die die Bonhoeffer hier anführen, und Mutter in einem sein. Vieles erinnert an das Urchristentum. Wie bei Paulus in Korinth haben in diesem Gottesdienst alle etwas zu sagen. Frauen erzählen von ihren Erfahrungen und lesen die biblischen Schriften, als wären sie an sie geschrieben. Sie erkennen sich wieder in den urchristlichen Gemeinden. Hier schweigert die Frauen nicht in der Gemeindeversammlung, wie es in einer unechten Paulusstelle heißt, sondern haben selbstverständlich das Wort. Alle beten und singen zusammen und feiern das Abendmahl. Aber zugleich ist hier allen klar, der christliche Glaube muss praktische Konsequenzen haben. Er darf keinesfalls Unterdrückung und Ausbeutung rechtfertigen, sondern muss sie zu überwinden trachten. Gottesdienst und Menschendienst, Liturgie und Sozialdemokratie. Natürlich ist auch diese Gemeinde heilfroh, dass sie noch einen Pfarrer hat. Ohne seine Inspiration, Koordination, Leitung, manchmal auch Vermittlung, wäre vieles nicht möglich. Er und die Seinen versuchen, angesichts seiner Kultur der Gewalt, eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens zu verwirklichen. Heute wird Muttertag gefeiert und deshalb werden die Mütter besonders begrüßt und gewürdigt. Die Liebe der Mütter sieht der Prediger im Lichte der Liebe Gottes selber, der uns, das erregt hier keinen Anstoß, Vater und Vater.